ein räucherschrank soll man vielleicht mal bauen hast du den schon ja ich noch nicht also so viel wie möglich fleisch zu braten weil relativ schnell verortet wie schon erwähnt so ich guck erst mal was ich für den räucherofen brauche wir brauchen fasern habe ich dabei wir brauchen holz wir brauchen stein und wir brauchen stroh stein habe ich auch bei dir eine kiste das sind die drei hier in der ecke war die linke ja du bist mensch persönlicher besitzer mensch mensch teo in der mitte sind die samen von der kiste die kaputt war links stein und holz wenig steine mehr holz aber warum ist ein metall da drin wenn man ganz recht war ein bisschen achten wir haben echt wenig platz momentan 30 holz das habe ich hier selber so ich baue jetzt ein räucherofen schmiedes cool spiel eigentlich noch nicht ist gilt ich würde noch einen schrank bauen mal gucken wie viele slots der schmiede da brauche ich noch leder noch fleisch dran hat das auch weiter wo der schrank ist cool also der schrank hat 45 slots wir sollten nur noch schränke bauen ja ja machen wir alles gut so jetzt wohl für die schmiede brauche ich noch ich brauche insgesamt 125 steine und 65 leder jeder aber kann ich gleich sagen wir mal ich habe noch 21 leder ich hab gar nichts mehr ich hab noch 39 so ich werde gleich mal versuchen den räucherofen anzuschmeißen gut dann geht man kann noch ein paar steine besorgen und ich nehme mal mein dino mit ich habe wie man den benutzt den räucherofen wie es kinder so richtig hunger und durst habe ich sagte jetzt mal eine klamotte hin wasserleitung sagt man dein dino ja aber bei meiner ist so schwer naja ach der räucherofen funktioniert wie ein kühlschrank fleisch rein verrottet nicht mehr oder doch ist gerade verrottet lagere hier verderbliche waren zusammen mit 8 zündpulver brauchen wir um sie zu konversieren konversieren ja konservieren benutze zündpulver öl und gegrilltes fleisch muss hier rein um nach einigen stunden räucherfleisch zu erhalten also grillfleisch muss hier rein hier muss zündpulver ein das müssen wir noch herstellen die klo in dem stößel öl sagt mir jetzt erst mal gerade os johol johol Das war's für heute. Das war's für heute. Nein, das kann ich jetzt herstellen. Feuerstein. Die rechte Kiste von meinem. Jawohl, jetzt brauche ich nur noch Öl. Deine Steine. Ich hab das schon mal gesehen. Mit dem Öl, Zement. Und... Zeile 21 oder Zeile 21. Ah, da. Ja. Sucht mal Öl. Ich meine, ich hab das irgendwo gesehen. Öl kriegst du nur aus der Erde. Ich hab das irgendwo gesehen. War das nicht aus dem Wasser? Ich das auch nicht. Alles fliegt plötzlich was... Ja, nur aus dem Wasser. Wie aus dem Wasser? Fuß im Wasser. Von daher. Oh, Holzstuhl. Ah, scheiße. Für ne Angel reicht das. Ich hab einen Holzstuhl schon. Und einen würde ich auch noch machen. Reicht auch. Reicht auch. Was hast du für Feuer? Möbel ist es so schön. Jetzt. Wann mal wieder? Im Wasser. Jetzt. Oh, kalt's nur über ne Menge. So, in diesen Räucherofen. Einmal. Falsch rein. Okay, 18 mal Zünnpulver haben wir auch. Tja, Öl brauchen wir. Irgendwoher Öl. Aber wie gesagt, da kriegst du nur beim Tauchen. Da sind so komische Steine. Wie gesagt, das machst du am besten mit Fischen. So, wir haben noch jemanden Bogen. Geht immer, ne? Hier, rechte Kiste, wo ich hier hinten stehe, Theo. Jop. Da bin ich vom Raptor gefressen worden. So, tauchen sagst du. Das heißt, ich tauche und dann suche ich da unten. Na, nicht auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Ey, komm mit. Weil ich meine, ich hab das schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß bloß nicht mehr so. Da sind so eine Steine da hinten. Das ist eh na, ich sehe ihn. Was da sozusagen meine Richtung, was so wie von der Erde aufsteigt ist. Ah, ja. Alles klar. Ich verstehe. So, aber kurz mal wieder an die Wasseroberfläche. Ja. Pass auf wegen Haie, ne? Hä? Da kommen wir aber nicht hin, glaube ich, oder? Genau. Da hinten kommt ein Haie. Ja, ich sehe den. Okay. Halt dich mal einen Blick. Ich geh zum Öl. Ja, ich hab zumindest auch eine gewisse Vorstellung. Ich nehm mal einen Speer in der Hand und verteidige dich mit meinem Leben. Ähm. Auf jeden Fall. Ja, doch. Das ist schon deutlich. Okay. Der ist noch weit weg. Ne? Das sind sogar zwei Dinger hier. Und dafür gibt's. Ich muss auftauchen. Mein Sauerstoff ist gleich zu Ende. Pass auf mir nicht. Das siehst du, ja? Das Symbol darf nicht leer werden. Zu leer werden. Ah, ja. Ich versuch mal. Eine Spitzhacke, oder was hast du da genommen? Ja, eine Spitzhacke, aber es gab bis jetzt nur Stein. Okay. Ist weg. Ich hab auch nur Stein nicht gekriegt. Okay, da brauchen wir bestimmt ein anderes Werkzeug für. Ja. Danke. Guck mal kurz. Ey, guck mal kurz. Ey, guck mal im kleiner Blick. Frag mal Onkel Google. Lass mal an Land schwimmen so lange. Äh, die Ökquelle ist ja eh weg. Aber die spawnt ja genau an derselben Stelle wieder. Ja, ja. Dicky arg Öbel abbauen. Alles klar, alles klar. Alles klar, alles klar. Alles klar. Alles klar, alles klar. Kannst du nicht? Ja, alles klar? Ja, alles klar. pitchfinde, dass er immer ist, ich meine mich auch erinnern zu können an die anfangszeiten der early access das alpha test von arg dass man mit seinen skill punkten nicht alles leveln kann oder nicht alles bekommt also wir sollten denn schon ein bisschen uns einteilen wer was macht übrigens dieser auffällige laserstrahl hier ist das wovon ich glaube in der ersten folge gesprochen habe hier landet jetzt demnächst der drop der kiste ist immer wieder dieselbe position in regelmäßigen abständen in welchen abständen weiß ich jetzt nicht wir sind jetzt irgendwo also im bereich tag 70 tag 80 und ja da sind dann mehr oder weniger nützliche sache und hier dieser große bronto dieser mit dem langen hals ist der den wir hier zu hackfleisch verarbeitet dabei beim abbauen gibt es maximal vielleicht ein öl dabei rauskommt also einfach kloppen und glück haben ob rüber ist ok Ich bin wieder in der Hütterstrecke. Das macht auf jeden Fall jetzt erstmalig für mich Sinn, Sauerstoff zu skillen, habe ich bis jetzt nämlich nicht gemacht. Oh, ich habe Zündpulver für dich gefunden. So, findet man soweit. Für diesen Lichtstrahl, der gerade draußen ist. Ah, okay. Aber ansonsten ist da nichts, wenn man die neu brauchen kann. Ich nehme einfach alles mit. Was? Da brauchst du Mojo-Bären und so'n Scheiß? Nee. Da haben wir ganz viele Mojo-Bären drin. Ja, ich weiß nicht. Mojo-Bären und Zündpulver packt man da drin, alles klar. Pack ich den auch drin jetzt im 23. Aber ich habe hier noch ein paar Wasserschläuche ausgezogen. Falls mal was ist, hat man wenigstens nicht. Wo wir gerade hier so ein bisschen im Wasser rumkrebsen wieder. Ich kann mich entsinnen, wir hatten damals beim ersten Mal Arctspielen auch sogar so eine Art Delfine abgerichtet, die man dann im Wasser einsetzen konnte, um entsprechend dort zu arbeiten. Genau. Weil dafür hätten wir mal ein bisschen dieses Fleisch mal benutzen können. Hätten wir welche abrichten können gleich. Ja, Rotfleisch ist jetzt glaube ich so gut entweder verrottet oder schon gebraten. Aber wir haben es einmal geschafft, wir schaffen es wieder so einen großen Dino tot zu machen. Ja, aber der große der da jetzt ist, ich würde den gerne erstmal noch ein bisschen behalten. Weil ich würde gerne mal irgendwann so ein Ding mal zähmen wollen. Oh, jetzt bist du in Knaller, ne? Ja. Oh, ich tue mal bei Theo und sein Dino auch nochmal rennt, zack. Oh ja. Ja, den Teich gebraucht. Viele Sache. Was im Regen. Ja. Ich will mal Karotten an. Ach ne, kann man den Kleinen nehmen. Ach verdammte Angst. Oh egal. Hier brauchst du das nochmal. Hier, sag mal. Bums. Öl. Öl war für träuchern. Räuchern. Guck mal. Ja, jetzt fehlt nur noch Ulf hier, ne? Ulf. Bitte? Ja, du fehlst hier bloß noch. Warte, da fehlt das Spiel, das ist das Problem. Ja, das ist schön. Das ist schön. Vielen Dank. Also angeln kann ich herstellen jetzt. Cool, dann brauchen sie bloß noch Köder, ne? Ja, mal gucken, ob man da nehmen muss. Ähm, Blumer. Noch irgendwo. Ja, ich guck gleich mal. Vielleicht stresset er dran, nicht die Angel aus am Tipp. So, wir probieren hier noch ein bisschen rum, während es draußen regnet und langsam kalt wird und wir wieder unsere Kalorien sinnlos verbraten. Und ich sage mal, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss.